Immer aktive Freunde, ihr bin's wieder. Sorry für das Katzen. So, heute geht's weiter. Stroh einfahren und kummern und vielleicht auch direkt neu aussehen. Je nachdem. So, heute geht's weiter. 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 Ich hab genau gewusst, dass das 20.000 innen geht. Naja. Obergrämerwald. Vielleicht kannst du ja mal hier so ein paar Leaks raushauen. Man kommt in Ziroler Alpenwelt bei dir. Wolltest du ja auch eine Videoreihe von machen. Ja. Oder wie geht es überhaupt mit deinem Kanal weiter? Vielleicht kannst du das ja im Chat mal mitteilen. Ich hab hier nicht so keinen Plan für mich. Ein bisschen mehr L.S. Die du den installieren wolltest, weil kein Spaß mehr dran ist. Ja, dann ist die D.G. Die. Ballywood Farm. Erklärst du auch mal vernünftige Chat. Schwarz-Weiß. Das wäre super optimal. Hier habe ich Probleme mit dem Filter gerade. Hier sind eine Tasse vom Controller gerade nicht reagiert. Und der, ja, hier soll ja eigentlich ein Klick erstmal komplett schwarzweiß. Wovor aber noch bis hin. Aber scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Und bei was das möglich ist, WhatsApp-Status oder Instagram oder YouTube-Benachrichtigungen? Benachrichtigungen. Ja, was? Instagram, WhatsApp oder YouTube? Benachrichtigungen von YouTube. YouTube. Ja. Ja. Ja, das freut mich. Ach, bitte. Oh, natürlich, natürlich, natürlich. Nein, doch nicht klonen. Ja, das ist ein bisschen. Ach, bitte, Kacke. Mal sehen, vielleicht geht es heute auch noch auf den Dreistellhof. Da wollte ich einen neuen Trecker, also wollte ich ein paar Trecker tauschen. Und noch einen Trecker wieder hinzufügen, den ich mal hatte. Boah, ey, bei uns ist es so unerträglich, weil ich habe Fenster geöffnet. Aber es bringt nichts. Okay. Hoffentlich passt der Ladewagen in die Scheune, damit ich das Stroh abladen kann. Was hast du, wo ich sie da auf die Wiese kippen und im Frontlader reinfahren? Ach, der passt 20 mal besser als der vom... Ach, ich muss erst mal nach der Schweine gucken. Und ob die noch genug haben. Oder ob denn was fehlt. Toi, auf der Sichte. Au! Ja, hier ist meine vierte Druckstille hier drauf. Auf meinen Arm. Also zwei Leiche, wäre es selber gleich oder wie? Nö. Wenn mir jetzt nur ein Like. Für seinen Stream oder seine Videos selber liked, hat ein Problem. Äh, was tippe ich jetzt auf Dislike? Lägt ja den auch, ne? So. So, Schweine gucken. Das ist ein Digger. 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 Das sieht noch ganz gut aus. Ach, du heilige meine Fresse. Ach, du heilige meine Fresse. Ach, du heilige meine Fresse. Ne, Ralf. Ich habe jetzt erst mal ein Video in der falsche Playlist hinzufügen. Und zwar die Musik. Ich habe hier so eine Musik Playlist so erstellt. Da habe ich noch mal drüber gemacht, ne? Hier. Und, ähm, ja. Und der Song Margarete, na? Der ist bei der Obergräber Playlist drin. Ne, ist klar. Reden wir von dem gleichen Song? Ich meine, jetzt ist der Margarina Song. Ne, aber Margarita. Ja. Ich war 13 und halb. Sie war 44. Guck mal, die Irgün. Genau. Ah, oder besser. Ah, bei dem Song habe ich mich so kaputt gelacht. 4,4,4,5. Was ich betrachte dann auch. Denn sie rett mich wie ein Wildschwein. Pfff. Hehehehehe. So, woher war's denn? Ja. Ja, früh am Hoch. Ach doch. Ich dachte, das war komplett vertauscht, ey. Nein. 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 Ja. Nein. Ich kann nicht mal die Worte abnehmen. stört ich habe ganz große sorgen hier meine arbeit ist bei mir dann komplette zwei andere drei andere kommen ist von meinen eltern meine eltern selbst und ich heute mit spüren nein ach was weißt du kommt heute auch noch mal online im stream ist ja auch mod wieso hast du den typen weil ich ihn gut kenne und weil ich mittlerweile weiß dass er kein scheiß macht dies jetzt und ich kenne bald besser als dich 83 leute dabei zwei neue leute dabei okay einer wird nicht der andere haben wir da ist er bestimmt gleich was im chat schreiben ich hoffe ja ich habe nebenbei auch offen damit ich jetzt einfach jedes mal auch von der spiel ansicht wegschalten muss wenn ich kommentare oder so was sehen will ach scheiße das ist doch jedes mal dass er das ist ja da gehe ich eigentlich auch mal richtig mit diesen dingen auch jetzt ist er wieder weg ach komm 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 rum rum also kann sagen was du willst jetzt sind die deutschen einfach nur ein geiles sound und es sieht einfach nur total gut aus nur eine verzögerung 30 sekunden knapp 10 ja kommt je nachdem auch der dlan an ob es hängt oder nicht hängt vom spiel an sich zu mir auf mein handy habe ich nur knapp zehn sekunden verzögerung zum stroh einfahren auch fertig was du sag es ist leute schreibt mein chat wir haben es bei euch was hast gesagt die war mit bei dir ist wir sind sie sich 30 grad oder sowas gleich 29 oder so vor allem 29 21 grad oder sowas 30.000 grad so geil passt der ladewagen aber auch nicht nicht heute aber passt schon weiter rein als lindner wie der lindner unintrag ladewagen ohne trak komme ich nicht so weit hinten rein mit dem alpina um posten ich versuche den ladewagen in die ecke zwischen dem hackklotz und der scheude zu bringen endlich ach so kann man stehen bleiben wobei ich kann eigentlich mal dran schippe dran machen so muss ich ja gleich die palettengabe welchen träger solchen grubbern mit dem hier mit dem 130 oder mit dem 1455 noch die karte wenn sie den defender oder wie da hat eine anhängung für ein anhänger ja aber der defender hätte ich jetzt in unimog oder sowas das würde zu kommen vielleicht noch nehmen also eigentlich noch kuhst oder so die stelle hier sehr dass sie vorne ist der hühnerstall der schafstall ist da oben hinter der scheune auf den berg und der kuh stelle ist vor dem schafstall wurde anhänger steht so stopp blätten gab es immer schon weg sonst wird schwierig dass die anzukuppeln nachher steht die bücher ja auch perfekt nachkommen ich habe auch 455 waren ich komme ungefähr zu 55 ich brauche für 90 ps cover keine 200 ps weiter schlag gleich erst in der gleiche in der straße nachher 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 so Das Geschrei von den Gästen, ne, das soll ich durchsetzen, denke ich. Mist brauche ich nicht. Das reicht mir schon. Instagram und YouTube, das reicht mir völlig. Warum? Facebook hat auch so seine Vorteile. Was? Und im Hintergrund fliegt die Rettung CD wieder. Mann, der fühlt sich aber ziemlich oft heute. So, haben sie bestimmt Training. In real life oder in LS? In real life. Die einzigen Helis, die hier vielleicht mehrmals am Tag fliegen könnten, wäre die Bundeswehr. Ja, war Fritzler. Ja, bei mir auch so ausgebildet. Oder Kampfchats. Aber das hörst du an, dass das hörst du an, dass laut. Ja, die kommt jetzt. Ja, früher, wo ich klein war, ne, da sind die durchgeflohen, als wäre die Zombie-Apokalypse, als würden sie jede Stadt propagieren wollen. Die Flieger. Aber bei, wenn ich manchmal die Rettungsfilie hier aus dem LS, die hier über meinen Hof runterkommen, hast du auch ganz schöne Tiefflieger dann. Oh, meine Güte. Ach, du Kacke. Wie hat dir denn gestern die Alten-Tür gefallen? Ich höre jetzt das Rauschen von Rotopäten im Hintergrund, aber ich sehe den Heli nicht. Okay, jetzt hat ja einer die Tür vergewaltigt gerade, weil sie verwöhnt, einer hier hat sie gleich komplett zugeknallt, aber man kommt ja noch, wenn es offen ist. Weil bringe mir eine Tür, ich möchte sie knallen. Oho, das war's da, was ich auch schon. Wunderbar ist es. Oho, das war es so toll. Ich komme schon an. Ich werde mich nicht mehr in der Tür. Oho, das ist wöchst. Ich werde mich zwei sagen. Ich bin gleich in der Tür. Ich darf mich nicht mehr durchgeflohen. Mache, ich habe mich nicht mehr durchgeführt, Oho, ich habe mich. Oho, ich bin ja. Ich bin da. Ich bin ja auch der Tür. Weiß man sich richtig gut, in den meisten sind selbstgebauten, ob wir osteuropäischen Mods finden. Die haben ein geringes Gewicht und eine geringe Leistungsanforderung. Ah, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh na ja, der Helfer macht's schon! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da sind sie ja wieder Der Rettungsheli Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 hast du den handy zufällig ausgemacht dachte ich mir schon das ist mir nur noch einer im stream und da bist du naja ich wollte dann jetzt eigentlich auch offline gehen jetzt schon ja ich komme wieder online also ich bin da wo man wollte es ja wieder online kommen wenn ich wieder online bin ja guckst neben ein stream weiter das wasser der stelle dann auch von erik meine lieben freunde ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020